Hallo ihr Lieben, ich habe ein riesengroßes Paket bekommen von der lieben Isabel, ein Tauschpaket, obwohl ich gesagt habe, ich tausche erst nächstes Jahr, weil ich aktuell einfach nicht genügend Tauschmaterial habe, um andere quasi glücklich zu machen und sie hat gesagt, ach nein, nein, ist okay, ich warte bis zum Frühjahr, aber ich wollte schon mal ein Päckchen schicken und da dachte ich mir, oh, wie schön. So, ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe mir bis jetzt nur ihr Briefchen durchgelesen und so, wo tue ich dich denn hin? Ah, hier kann ich gut sehen. Ich packe aus und habe Geschenke entdeckt. Ich habe Geschenke und Düfte, die auch wirklich wieder schön eingepackt sind, mit solchen schönen selbstgemachten Labels, wirklich hübsch und da fangen wir mal einfach gleich an. Ich weiß nicht, ob ich mit den Geschenken anfangen soll oder mit dem, ähm, mit den Tütchen. Ich glaube, ich mache erst mal die Tütchen. Von Sweet Mamsel Zuccan Brioche, denke ich, ein kuchig-süßlicher Duft, vermute ich. Ich glaube, das ist ein dritter, oh ja, er duftet mir schon entgegen, ein dritter von dem Clampshell, vermute ich. Mh. Der riecht sehr lecker, also süß-zuckrig. Vielleicht eine, ähm, eine leichte Käsekuchennote. Hier hinten sieht man noch die ehemalige Verzierung. Sehr lecker. Muss ich wieder gucken, das Übliche mit solchen süßen Kuchendüften. Sie können für mich ein absoluter Liebling sein. Sie können sich aber auch zum Flop entwickeln. Ich bin sehr gespannt. Mit Sweet Mamsel ist es ja immer so, ich möchte es seit Jahren bestellen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ich mich da durch die Düfte probieren kann. Dann habe ich noch von Goose Creek gesehen. Cookies and Milk. Zwei Nuggets. Den kenne ich auch noch nicht. Hat auf jeden Fall eine wunderschöne herbstliche Farbe. Oh ja. Ja, es ist eine Schokomilch. Also schokoladig. Also die Cookies sind hauptsächlich schokoladig und weniger, weniger teigig. Milchig und schön milchig und vanillig. Also quasi eine schöne Vanille-Schokomilch. Yum, yum. Was schönes für die Küche. Da wird mein Bärchen doch fluchen. So. Von Duftlovers. Fröhlicher Morgen. Ich denke... Achso, die hat auch solche kleinen Nuggets. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, oder hatte ich Nuggets? Weiß ich gar nicht. Ähm, vermutlich ein schöner Bad- oder Küchenduft. Ja, könnte beides sein. Also ich rieche Ingwer. Ja, wirklich ein sehr schöner, frischer Duft. Ist die Frage... Ja, wie Ingwer-Tee so. Äh, ist die Frage, ob ich den jetzt im Winter ausprobiere oder ob ich mir den für das Frühjahr und den Sommer aufhebe. Weil da liebe ich Ingwer-Düfte ja sehr. Hier ein, äh, sehr, wieder ein sehr schön gestaltendes Melt von Sweet Mamsel Mandarin Coconut. Ich hoffe, er gefällt dir. Ich mag ihn nicht. So. Also, ja, quasi so ein ganzes Melt-Tort. Mandarine mag ich sehr. Kokosnuss auch. Mal gucken, wie das zusammen harmoniert. Und... Ist tatsächlich fraglich. Ich rieche Mandarine und ich rieche Kokosnuss. Aber noch irgendwie was Parfümiges. Als ob sich hier eine Fräse oder sowas mit reingeschmuggelt hätte. Also eine sehr, sehr spannende Duftzusammenstellung. Ich würde es auf jeden Fall im Bad ausprobieren. Könnte tatsächlich was werden. Oder halt auch nicht. Ich werde berichten. Ähm, wahrscheinlich schon im nächsten Aufgebraucht-Video. Dann habe ich von Goose Creek Apple Spice. Yay, 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 yay. Auch wieder so eine schöne rote Apfelfarbe. Ich liebe es. Ich glaube, für Apfel-Düfte ist für mich die beste Farbe tatsächlich rot. Da gehe ich immer drauf. Ich habe in diesem Monat im November auch fleißig in meinem Duft-Roulette viele Apfel-Düfte. Von denen einige Hülsen und einige Pfeu habe ich leider auch schon aussortieren müssen. Oh ja, der ist schön. Sehr apfällig, sehr zimtig. Und fast eine leichte, ja, wieder eine leichte punchige Note und vielleicht sogar ein Mini-Marzipan. Ich glaube, der wird sehr, sehr, sehr lecker. Dann habe ich hier von Traum-Düfte Blueberry Coupler. Den hatte ich noch nicht. Der riecht, der ist sehr ähnlich dem, was habe ich denn, Blueberry Mousse oder Berry Mousse. Es ist so ein bisschen eine vanillemilchige Unternote und eine schöne Beere, eine schöne, eine schöne Blaubeere. Der riecht, der riecht auch richtig, richtig schön. Yum, 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 yum. Dann von der Jutta, Duftpröbchen, Batita de Coco. Machst du scharf? Ja, ne? Ich habe auch Batita de Coco von der Jutta. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es geschafft habe, den anzuzünden. Muss ich gerade gestehen. Erinnere ich mich zumindest nicht. Ja, sehr, 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 eine relativ deutliche Kokosmilch. Ich würde fast sagen, ich weiß nicht, ob das auch noch das Rapswachs ist. Also der, das Wachs hat noch so einen leichten Eigengeruch. Hat ein bisschen was Richtung, so ein bisschen was putriges. Also der, der Untergeruch bei den ursprünglichen Düften hat, war immer so ein bisschen was putriges. Also ich würde ihn im Bad ausprobieren. Ich glaube, der passt ja gut hin. Die Frage ist bloß, ob ich das jetzt im November, Dezember unbedingt haben muss. Also wahrscheinlich dauert es eine Weile, bis ich den Duft in die Duftlampe knalle. Oh, hier, guckt mal. Auch richtig, richtig hübsch. Von Cheerful Candle Almond Butter Pound Cake. Also quasi ein Mandelkuchen. Denn, ich glaube, da hatte ich relativ am Anfang, als Cheerful Candle rauskam und Putty geschwärmt hatte, da hatte ich mir, glaube ich, auch den Mandelkuchen geholt. Ja, das ist ein sehr intensiver, ähm, mandeliger Geruch. Riecht halt auch so nach, so Amaretto, ne? Mit, mit einer Kuchenunternote. Also, aktuell, jetzt im November, sehr, sehr, sehr lecker. Kann aber sein, dass ich da im Monat nur einen Tarte anhabe, weil es mir dann reicht. Witzigerweise, hier haben wir ein, ähm, kaputtes, eine Motivkerze von Pond au Rasant. Ein, ähm, Duft, der bei mir aktuell im Duftroulette ist, was letzte Woche Freitag aus Versehen online, meine letzte Woche Freitag sind bei mir zwei Videos online gekommen, was so nicht geplant war, weswegen ich jetzt diese Woche im Videoverzug bin. Deswegen, äh, seht ihr hier Isabels Unpacking jetzt auch schon diese Woche Sonntag, was ursprünglich noch gar nicht geplant war. Aber das liegt einfach daran, dass mir jetzt ein Video fehlt. Ja, auf jeden Fall, Pond au Rasant, also die, ähm, Rosinen-Schnecke, ich hab manchmal so ein bisschen Wortfindungsstörung, ist diese, äh, diesen Monat schon bei mir in der Duftlampe gewesen. Und ich fand ihn sehr gut. Relativ unauffällig. Also ich find ihn angenehm, aber unauffällig. Das ist eine ganz leichte, süße, kurige Note. Aber definitiv, äh, hundertmal unauffälliger als zum Beispiel der Manelkuchen. Also ich find ihn wirklich sehr lecker, kann aber den Hype darum nicht verstehen. Also der kann bei mir gerne brennen, aber der ist ja aus dem Sortiment und dann ging ja der übelste Run auf, ähm, die Gläser los. Den Glas brauch ich davon nicht unbedingt, aber er ist gerne bei mir gesehen. Dann habe ich von Duftlovers Sprudelbrause. Was natürlich auch ein bisschen doppelt, um doppelt ist. Wirklich wieder sehr hübsch. Hier ein, so ein Stück aus einem Klemmschel. Den stelle ich mir sehr fissig vor, wie ein, ach, das klingt immer so komisch, ne, wie so ein bisschen sektig, ne. Ja, und er hat auch was Sektiges. Ein bisschen was Zitroniges, eine leichte Blueberry-Note. Und was Sektiges. Ich denke, das Sektige könnte in diesem Fall, ähm, hier so was Ginger-Eheliges sein. Also so ein bisschen, also dieses scharfe, prickelnde könnte von Ingwer stammen. Also es ist das erste Mal, dass ich bei so einem sprudeligen Duft tatsächlich Ingwer gerochen habe. Und von Duftlovers Neuschnee. Das klingt sehr gut und sehr passend in die Jahreszeit. Und der riecht auch lecker. Also das ist spermelnd vielleicht mit, mit einer leichten Vanillenote. Also der wird, glaube ich, sofort heute noch ausprobiert. Der riecht sehr gut. Ähm, der nächste Winterduft von Goose Creek Jingle Bells. Da habe ich ein Melt oder ein Nugget zum Ausprobieren. Ja. Mhm. Eine ganz leichte, parfümige Note. Ein bisschen was Vanillemilchiges. Und ein bisschen was Grasgrünes. Also, ähm, cooler Duft. Ab ins Bad. Ich glaube, da passt der sehr gut. Das Label, muss ich sagen, ist auch echt, echt schön. So. Ich glaube, das könnte, ähm, jetzt so vom kalten Schnuppern auch ein Nachkaufprodukt sein für mein Bärchen. Bei dem hatte ich, äh, was hatte ich denn diesen Monat, ähm, gezogen? Hier, ich glaube, Winter Glow von Yankee Candle. Und den hatte ich zweimal an. Und, äh, mein Spatz ist so, oh, welcher Duft brannte denn gestern? Und ich so, naja, ich glaube, wir haben noch ein Tarte irgendwo rumliegen. Äh, den müssen wir vielleicht auch noch nachkaufen. Von Willidge Candle Orange Cinnamon. Ein Duft, der bei mir immer gern gesehen ist. Wo ich immer nach guten Düften suche. Ich hatte letzten Monat einen im Roulette. War das letzte, nee, vor zwei Monaten, glaube ich. Der war ganz fürchterlich. Der könnte was werden, aber aktuell ist die Zimtnote extrem stark. Das riecht wie eine, wie eine Zimtstange mit einer ganz leichten Orangennote. Also ich hoffe, dass, ähm, warm die Orange ein bisschen mehr, ein bisschen mehr rauskommt. Oh, die sind echt, die sind echt so schön gestaltet, die Tütchen von der Isabel. Ähm, Goose Creek, Bright, Bubble, Bath. Ich mit meinem TH. Da hätten wir drei solche Meltzylinder. Oh, der riecht ja geil. Also es hat was Aquatisches. Aber ich kann euch nicht sagen, was mir da gerade, welcher Duft mir in die Nase kam. Irgendwas, ich glaube Mango. Ist das Mango? Oder Papaya? Also es ist irgendein süßer, fruchtiger Sommerduft, gepaart mit diesem, äh, leicht aquatischen Badduft. Also der, äh, riecht sehr, sehr, sehr lecker. Definitiv ein toller Kandidat. Oh, ich sage euch, hier sind noch Düfte drin. Hier etwas ganz Hübsches von Duftlovers. Coffee Marshmallow Warm Vanilla Sugar Hazelnut. Guckt euch das an. Ach, hübsch. Wenn ich, äh, wenn ich solche gestaltet. Und ich glaube, das wird mir bei Bea auch so gehen. Och, das sorgt mir schon entgegen. Ach, da denke ich mir immer, oh, du kannst die doch nicht irgendwie auseinander schneiden und dann, und dann, und dann wegbrennen lassen. Ja, also. Der riecht sehr lecker nach Kaffee. Von dem Hazelnut rieche ich aktuell nichts. Naja, vielleicht eine ganz kleine, nussige Note. Der riecht, aber insgesamt, insgesamt riecht der sehr lecker. Ich glaube, da werde ich bloß die Hälfte anmachen, dass, äh, falls der sehr lecker ist, dass ich den zweimal anzünden kann. Dann noch von Duftlovers Cranberry Red. Auch wieder sehr hübsch mit, äh, verschiedenen Farben und Sternchen. Also, die Cranberry ist schön. Hier ist aber noch ein bisschen was, was Citrisches und irgendwie so leichter, so eine leichte Weichspülernote mit drin. Also, riecht insgesamt, gut, ich war jetzt bloß überrascht, weil ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie so eine, so eine schöne, ähm, so eine schöne Cranberry, ähm, Note. Und das ist eher so ein bisschen wie, ähm, ein fruchtiger Bartduft, der auch, äh, lecker riecht, noch nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Dann, oh, den wollte ich auch schon lange mal ausprobieren von Goose Creek. Wow, so, B. Sieht auch richtig lecker aus. Und hier hätten wir ein, ähm, halbes, sind das auch Klemmsche jetzt? Ach, ich weiß nicht. Oh, yummy. Erinnert mich, das ist so ein bisschen Zitronengras, erinnert mich an, äh, Lush-Produkte. Ich hab sofort dran gerochen und dachte mir, äh, ich hab dran gerochen und hab sofort an Lush gedacht. Also, wir haben was sehr, ähm, was sehr fruchtig, spritziges. Ja, und dieses, ja, es riecht wie, äh, diese, diese Zitronenseifen von Lush. Aber nicht das Zitronige, sondern halt wirklich so ein bisschen, ähm, Laim-Zitronengras. Also, es ist quasi nicht die herkömmliche Zitrone, sehr lecker. Dann Watermelon Patch, den hatte ich auch schon ein paar Mal. Ein erfrischender Sommerduft. Ja, weil man hat hier diese, die, die Wassermelone, die süße Wassermelone. Und noch irgendwie was, was erdedickes, grünes, holziges so. Also, ein Duft, den ich jetzt aktuell definitiv nicht anzünden werde, aber der sehr gut an, äh, heißen Sommertagen brennen kann. Weil durch dieses, äh, durch dieses Holzige, äh, das hat halt auch was sehr Erfrischendes. Dann Banana Pudding. Ein, ähm, Duft, den ich mal sehr geliebt habe. Und, und, dann haben wir uns ein Glas gekauft. Und dann hatten wir ihn über. Und ich versuche immer noch herauszufinden, ähm, wie ich das Glas loswerden kann. Ja, der, der hat was sehr Leckeres, aber wir haben ihn einfach, ich glaube, wir haben ihn zum Erbrechen. Zum Erbrechen angehabt. Also, es ist wirklich schön, schön Banane, Vanillepudding. Was Sahniges, auch was Karamelliges ist dort mit drin. Also, grundsätzlich ein schöner Duft. Uh, äh, von dem ich aber auch nur etwa, äh, einmal im Monat mir mal ein Melt anmachen kann. Weil ansonsten denke ich mir, ui, 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 was hast du hier, dir hierbei gedacht. Aber so ist es manchmal. Oh, von Goose Creek. Butter, Kaki, äh, Cookie. Frau Püverling. Naja, ich war heute schon in der Schule. Der Tag war heute schon ein bisschen länger. Ähm, ich wollte gerade sagen, schöne, schöne, ähm, süße Düfte, die die Isabel hier ausgewählt hat. Das ist ein Butter Cookie, der, ähm, sogar noch was Toffee-mäßiges hat. Der riecht so ein bisschen, wie, wie wäre das echte? Ah, sehr lecker. Könnte ich jetzt auch gleich irgendwie ein Toffee-Foton. Ich glaube, jetzt muss ich doch mal eins der, äh, Geschenkpakete ausmachen. Uh, ähm, ich glaube, das fässt sich an wie ein Badesalz. Ah, es ist kein Badesalz, aber so ähnlich. Ice Strawberry Cream. Wie cool, den habe ich noch gar nicht gesehen. Na gut, ich treibe mich immer, ähm, bei TM nicht so viel rum. Oh. Oh, der riecht fenomenal. Ah, der riecht, ja, wie, äh, ja, ähm, Erdbeer-Püree-Meets-Erdbeereis. Lecker. Das hatte ich letztens schon von der, äh, Jessica auch nie. Das war aber nicht Strawberry, das war Raspberry. Auch ein, äh, sehr, sehr, sehr guter Duft, den ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Und jetzt, seitdem ich ihn ausprobiert habe, sehe ich ihn überall. Ist total witzig. Von Duftlovers, Street Orange Vanilla. Bin ich auch sehr gespannt, ob das ein guter Orangenduft für mich wäre. Der riecht so ähnlich wie das Orangen-Pourfait von Ice Flower. Nur nicht ganz so penetrant. Der riecht, der riecht sehr gut. Muss ich mir einteilen. Könnte ich auch eigentlich heute schon ausprobieren. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen enge. So, dann noch von Duftlovers, Fluffy Marshmallow Sweet Orange. Ich werde hier total verwöhnt mit, ähm, Duftlovers-Bröbchen. So, wieder ein Orangenduft. Der hat tatsächlich mehr, der hat mehr Vanille-Anteil. Und diese markante Orange, die ist, äh, ein bisschen sanfter. Auch sehr lecker. Dann von der Bea Blueberry Cream Cheesecake. Der sieht auch richtig, richtig toll aus. Oh, ich freue mich so. Ich hoffe, mein Bea-Paket kommt bald. Ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Aber das wird das übelste Überraschungspaket. Also, es ist ein schöner Blaubeer-Duft. Und von dem Cheesecake rieche ich nicht unbedingt was. Was aber ich gut finde, weil mit manchen Cheesecakes kann ich nicht. Aber das ist ein sehr schöner, ein, äh, ja, Blueberry Sorbet, könnte man fast sagen. Jetzt habe ich aus Versehen das zweite Päckchen in der Hand. Und von der Form her erinnert es mich an Airwig. Mal gucken. Da, 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 da. So. Ach, der Duft ist so schön. Der Duft ist so unfassbar schön. Anti-Tabak-Orange, ich schwöre darauf. Da scheint mich jeder, jemand auch schon etwas besser zu kennen. Liebe Isabel, ich danke dir für dein ganzes Paket. Und ich habe gerade was ganz Tolles gesehen. Ähm, und zwar von Duftlovers. Ein, ähm, Label, was mich an meinen Lieblingsduft von Duftlovers erinnert. Nur meins hieß nicht Christmas Bakes, sondern, ich glaube, Christmas Time. Ja, erinnert mich ein bisschen an den Almond Pound Butter Cake, Almond Butter Pound Cake von, ähm, Cheerful Cannon. Also zimtig, kurig und, ähm, diese, diese Marzipan, beziehungsweise Almond, jetzt komme ich noch nicht drauf, Mandelnote, kommt hier sehr gut raus. Der riecht eben so lecker. Von der Bea hätten wir, äh, Strawberry, Raspberry, Guava. Eigentlich ein Sommerduft, aber der... Riecht so schön fruchtig. Ich glaube, da könnte man sogar noch ein bisschen Passion Fruit unterstellen. Sehr lecker. Ich glaube, von dem Raspberry rieche ich gar nicht so viel. Ich rieche hauptsächlich, ähm, Strawberry und Passion Fruit. Ob das jetzt ein bisschen Guava... Guava habe ich jetzt nicht so oft unter der Nase. Aber sehr, 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 sehr lecker. Bea Specs Bakery, Mango, Raspberry Biscuit. Oh je, oh je, oh je. Ich wollte mir ja eigentlich dieses Jahr Raspberry... Ne, Mango Passion oder Mango Tango, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wollte ich mir bestellen. Aber da jetzt schon Herbst war, dachte ich mir, sieh erstmal zu, dass du die Herbstdüfte bestellst. Ich bin von Bea's Mango Düften absolut überzeugt. Und auch der riecht sehr, sehr lecker. Nicht einmal so extrem sommerlich, vielleicht liegt es an dem Biscuit, dass hier noch so eine leichte kurige Note drin ist. Und ich glaube, da kann man den auch jetzt im Winter schon anzünden. Übelstes, übelstes Päckchen hier. Und ich glaube, jedes Stück könnte auch durchaus eine Duftlampe sein. Also den kann ich fünfmal nutzen. Aber gut, in diesem Päckchen hier sind so viele Düfte drin. Also die Isabelle hat sich hier also total ins Zeug gelegt. Oh, von Bea Apricot Orange Juice. Das klingt ja auch sehr, sehr, sehr gut. Und das riecht auch sehr gut. Oh. Ja, die Orange, sie riecht sehr gut. Die Aprikose nur ganz, ganz, ganz leicht. Da müsste man gucken, ob die warm noch besser rauskommt. Ein sehr, sehr, sehr leckerer Duft. Ebenfalls von Bea Funny Bunny. Ich glaube, das müsste auch ein Gebäckduft sein. Es ist total cool, dass ich hier von Duftlovers und Bea hauptsächlich nochmal so ein bisschen das ganze Sortiment durchdüfteln kann. Wobei die Isabelle, ich kriege ja dann bald mein Bea-Paket und die wird definitiv aus meiner Bestellung. Kannst du dich sozusagen schon mal warm einziehen. Auch das eine oder andere Pröbchen abbekommen. Das sind dann eher so dann die Herbstdüfte. Hauptsächlich Herbstdüfte, so viel Winter ist gar nicht drin. Ja, leicht kurig. Hat aber auch was sehr Frisches. Und Vanillemilch. Also eine gute Mischung. Durch die Frische würde ich fast sagen, es ist ein schöner Badduft. Aber ich denke, der funktioniert zum Beispiel auch in der Küche sehr gut. Dann haben wir von Duftlovers Nivea Soft Dupe. Von der Form hatte ich auch zwei. Ich glaube, die habe ich immer im Bad angehabt. Und ja, die bekannte Nivea Duftmischung, die man halt auch so kennt. Vor allem bei mir ist es Kindheit Non Plus Ultra. Weil damals gab es glaube ich noch gar nicht so viele Sonnenmilchmarken zum Beispiel. Und Nivea war halt immer die Sonnenmilch, mit der man sich eingecremt hat. Ja, hat noch ein bisschen was Aquatisches, ein bisschen was Putriges. Dementsprechend ab ins Bad mit diesem Düftchen. Akai oder Aschai. Berry Ice Cream. Haben meine oder Ak... Ja, doch Akai. Ich nenne es, ich persönlich nenne es Akai. Riecht tatsächlich... Also die Ice Cream riecht man. Und für mich riecht es tatsächlich mehr nach... Blueberry meets... Rosberry. Also es hat für mich was... Was leckerbäriges. Also wie ein... Berry Sorbet oder Berry Mousse. Yum, yum. Dann haben wir noch Mulberry von Traumdüfte. Die Maulbeere. Mein erster Duft war Kokos, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen... Irritiert. Und hier unten rieche ich jetzt... Mandelkuchen. Mandel bzw. Amaretto. Ganz stark. Also ich weiß nicht... Wo die Maulbeere... Hier oben riecht es ein bisschen fruchtiger. Unten weiß ich nicht, wo die Maulbeere ist. Ähm... Ja... Ein leckerer Winterduft, der aber mit meiner Dufterwartung von Maulbeere irgendwie nicht übereinstimmt. So, von Sweet Mamsel Mini Maus Eiscream. So süß, was es alles für Duftrichtungen gibt. Oh! An was erinnert mich das? An irgendwas in meiner Kindheit zum Essen. Ich weiß nicht was. Hat... Hat... Hat eine leichte Kaugumminote von diesem Kaugummi-Eis. Aber noch irgendwas anderes, was wir gegessen haben. Irgendwie so Mais... Maispops oder so. Irgendwas, was ich seit 20 Jahren nicht mehr im Mund hatte. Danach riecht... Danach riecht das. Sehr, sehr, sehr witzig. Freue ich mich drauf. Da noch ein bisschen auf Dufterforschung zu gehen. Dann von Goose Creek. Oh, French Toast. Den wollte ich auch schon sehr lange ausprobieren. Das sieht so geil aus. Und der ist genauso stark, wie ich ihn erwartet hatte. Deswegen hatte ich mich ihm auch nicht herangetraut. Riecht butterig und sehr, sehr nussig. Also sehr, sehr intensiver Duft. Aber ich glaube, der könnte mir richtig, richtig gut gefallen. Also wenn der Warm nicht zu stark ist, dann definitiv ein Nachkauf. Kandidat. Von Yankee Candle Home Inspiration. Raspberry Sundae. Yum, yum. Zwei Stück. Oh, der riecht lecker. Der hat was von meinem... Oh. Das Ding ist, ich rieche weniger Rosberry. Ich rieche Strawberry. Ich rieche tatsächlich eher... Na doch, 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 das kann schon Himbeere. Also irgendwie so eine Himbeere-Erdbeermischung. Und das riecht... Erinnert mich extrem an meinen... Berry Jam. An meinen Geliebten. Es riecht wie Berry Jam. Also wie eine gute... Gute Beerenmischung. Oh, Caramel Applewood von Goose Creek. Auch eine geile Form. Caramel rieche ich nicht. Aber so ein schöner, saftiger, grüner Apfel. Der riecht richtig gut. Und eine ganz kleine... Eine minimale holzige Unternote. Und eine minimale... Minimale zimtige Unternote. Also... Aktuell definitiv ein Nachkaufduft. Leute, das hört ja gar nicht auf. Äh... Von Goose Creek. Homemade Brownies. Eine Schoko-Explosion. Auch mit einer wundervollen, dunkelbraunen... Farbe. Passt so relativ gut zu meinen Haaren. Naja... Ja... Fetter... Fetter Schokoladen-Brownie. Es riecht wirklich wie ein Schokoladen-Brownie oder ein Schoko-Muffin. Das erinnert mich daran. Ich kenn mal wieder Muffins beim... Sehr lecker. Wird auch wieder mein Menel meckern. Der ist jetzt in letzter Zeit schlecht zu sprechen auf die Schoko-Düfte. Durch den... After-Age-Duft von der Jutta. Seitdem möchte der kein Schokolade im Haus haben. So, dann hab ich hier noch Nektarine und Honig von Goose Creek. Ich warte schon seit 30 Minuten. Das hab ich gar nicht geplant. Hopp! Aber hier sind noch so viele Düfte drin. Wahnsinn. Ich rieche Nektarine. Ich rieche Honig. Ich rieche aber noch ein bisschen was Frisches. So ein bisschen Weichspüler. Ja, ein bisschen... Ja, was Putriges. Eher was Putriges, leicht Weichspülerhaftes. Also, den würde ich im Bad ausprobieren. Dann noch von Sensationals. Lavender und Rosemary. Schöner, kräutiger Entspannungsduft. Oh ja. Ja, Lavender und Rosemary. Das ist wirklich ein schöner, kräuteriger Duft. Also, ich glaube, da wird, wenn mein Männer den zum ersten Mal riecht, der wird schreien, dass ich den nachbestelle. Von Duftlovers. Apple Cake Almond. Ne, jetzt geht das wieder los. Hallo? Licht? So. Also, ich denke, Apfel und so ein bisschen Marzipan. Ja. Mehr Marzipankuchen als Apfel. Aber auch sehr lecker. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich wollte eigentlich vorher noch was essen. Und dann dachte ich mir auch, die Sonne ist gerade so schön. Sieht gut, dass du das Video gedreht hast, bevor es dunkel wird. Aber ich muss bald was essen. Oh, von Südmann im Sell. Blaubeer Zuckertart. Äh, ich liebe diesen Duft, hat sie dazu geschrieben. Jetzt ist die, jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich hoch. So, zeig her. Der riecht auch wirklich lecker. Also, man hat, man hat Blaubeer und Kuchen. Es ist ein, ein sehr, ein sehr süßer Blaubeerkuchen. Da bin ich ja mal gespannt, wenn ich den warm anhabe. Dann kann ich mir nochmal, äh, mich nochmal melden. Ähm, von Duftlovers. Oh, Pommengrenade. Noir. Vanilla. Ist das die dunkle Vanilla? Wieder ein Drittel Klemmschel. Granatapfel rieche ich nicht. Vanille rieche ich nicht. Ich rieche Kuchen, Mietz, Weichspüler. Also, ein, äh, meines Erachtens nach leckerer Bartduft, der bloß wieder nicht mit dem übereinstimmt, was draufsteht, denke ich. So. Immer noch ein paar, ähm, Duftproben. Oh, von Goose Creek. Candy, ähm, Cane Kiss. Candy Cane ist ja, glaube ich, immer ein bisschen was Peppermintiges. Der wäre mir ja sehr willkommen. Ja. Eine fette Pfefferminznote. Der wird bei uns sehr, sehr, sehr gerne brennen. Habe ich aber, glaube ich, erst dieses Jahr so für mich entdeckt, Pfefferminzdüfte. Oh, und von Goose Creek Orange Grove Tree. Super, hat sie mit dazu geschrieben. Bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, wenn das so weitergeht, muss ich, ähm, zur Cyber Week dann nochmal eine Goose Creek Bestellung machen. Oh ja, mh. Sehr schöne, sehr schöne, zittrige Orangennote. Also, jam, jam, jam. Ich bin ja immer nah auf der Suche nach guten Orangendüften. Von Goose Creek Macintosh Apple. Hatte ich mir den nicht auch bestellt? Oder ich wollte ihn bestellen. Ich habe bei Goose Creek zwei Apfeldüfte bestellt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ach, lecker ist er auf jeden Fall. Der riecht wie der verbitten Apple von Yankee Candy. Also so ein richtig schöner, spritzig grüner, frischer Apfel. Sehr, sehr, sehr lecker. Könnte ich mir auch mal eine ganze Packung von Goose Creek holen. Oder sogar ein großes Glanz. Oh, von Goose Creek Dazzling Popcorn. Ähm, ein sehr süßer und sehr buttriger Duft. Oh ja. Der ist halt richtig in your face Popcorn. Und ich glaube, den hatte ich letzten Monat an. Und ich glaube, der war mir too much. Wobei ich den Duft generell, die Duftmischung mag. Aber der ist mir zu, ähm, zu Bäm. Also der, der ist mir zu stark, wenn er warm ist. Man könnte natürlich mal ausprobieren, ähm, in Stücke. Mit, ähm, vielleicht einer Vanilledüfte. Ich habe ja jede Menge, jede Menge Marshmallow-Düfte. Ob man den dadurch vielleicht ein bisschen sanfter bekommt. Von Goose Creek noch Old Time Lemonade. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Und den fand ich auch sehr schön und frisch. Zeig mal her. Ja, es hat zwar wirklich was von Zitrone, Limonade oder von den, äh, was ist denn das? Ist das Granini? Ne, nimm zwei. Nimm zwei, da gibt's doch die, ähm, Richtung Orange und dann gibt's die Richtung Zitrone. Und so riecht das. Also zitronig so süß. Also dieses, dieses Zuckersirup-Süße. Sehr, sehr, sehr lecker. Hat's mir grad sogar den, äh, den Mund zusammengezogen, weil ich mir vorgestellt habe, dass ich, äh, Bonbon im Mund habe. Äh, von Sensationals Warm Apple Pie. Äh, ich werde, ach, wieder eine übelst geile Farbe. Ich werde belohnt hier mit Apfel-Düften. Also viel, viel Apfel, viel Orange und viel Mandel war mit dabei. Und was beerig. Also genau das, was ich so, genau das, was ich mag. Hat was von Warm, äh, äh, Warm, Red Apple Wrath. Also sehr, sehr apfelig, ein bisschen, ein bisschen simp-punschig. Yum, yum, yum. Eine schöne Duftmischung. Ah, jetzt fühle ich mich langsam gestresst. 40 Minuten. Ähm, von Bea. Bubblegum Ice Cream. Ja, nur eine ganz, ganz, ganz leichte Bubblegum Note. Und ein schönes Vanilleeis. Mh, mh. Ich glaube, davon, davon könnte ich auch mehr haben. Weil beides nicht so intensiv ist. Also, wenn Vanille zu intensiv ist, dann mag ich das nicht. Und wenn Bubblegum zu intensiv ist, mag ich das nicht. Und, ähm, das passt gut zusammen. Von Goose Freak. Juicy Pear. Ich sage immer Pear, aber ich glaube, es heißt Pear. Also die Birne. Ähm, ich habe, glaube ich, den Duft entweder einmal gehabt oder... Ja, ich hatte den. Der riecht wirklich schön fruchtig. Und aber auch sehr, sehr erfrischend. Durch das Erfrischende, ähm, hat er wieder so ein bisschen was von dem Badduft oder halt den Küchenduft. Ich habe ja tatsächlich auch in der Küche gerne sehr, ähm, erfrischende Düfte. Oder Kaffeedüfte. Und, ähm, im Flur, ähm, am liebsten dann die, die süßen und die fruchtigen. Und, uh, lecker. Äh, und bei meinem Männle im Wohnzimmer, also im Wohnzimmer schräg schräg sein Arbeitszimmer, dann eher so diese, diese parfümigen oder... Oder die, ähm, die Tannenwalddüfte, weil da geht er auch total ab. Von Goose Creek Brown Butter Pistachio... Pistachio... Wie heißt das denn auf Englisch? Na, Pistazie auf jeden Fall. Pistachio... Oh ja. Auch, ich muss sagen, Pistazie ist auch ein sehr genialer Duft. Der erinnert manchmal auch so ein bisschen an, an die Mandeldüfte, nur dass die Pistazie tatsächlich zu erkennen ist. Der riecht sehr lecker. Ich glaube, davon könnte ich auch mehr gebrauchen. Ich habe ja auch von der Bea schon einige Pistaziendüfte ausprobiert. Was haben wir hier? Von Woodwick, Radish und Rhubarb. Wirklich, Rettich und Rhabarber. Sehr experimentell. Na... Der riecht merkwürdig. Mit Woodwick habe ich irgendwie gar kein Glück. Also, ich kann es euch auch nicht einmal beschreiben. Also Rettich rieche ich nicht. Ich rieche mit viel Fantasie ein bisschen Rauschen. Rhabarber. Und noch irgendwas... Es hat irgendwie ein bisschen was klosteiniges so. Also... Von Duftlovers. Rhabarberwölkchen mit Mango. Das war jetzt Zufall. Das war jetzt Zufall. Rhabarberwölkchen mit Mango. Das klingt ja phänomenal gut. Und... Das ist einmal her. Merkwürdig. Also, ich rieche ein bisschen was fruchtiges. Ich kann euch nicht einmal sagen, ob das Rhabarber oder Mango ist. Und noch irgendwas... Klosteiniges. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir einfach vorbei ist. Also, irgend... Irgendwas... Also, wie in... Ja... Richtung Badduft. Aber irgendwie nicht lecker. Keine Ahnung. Oh, wieder sehr hübsch. Sweet Mamsel. Hot Pink Pommel Grenade. Marshmallow Fluff. Guckt euch wieder das an. So, ich hoffe, der riecht jetzt mal nicht nach Klostein. Ansonsten muss ich wahrscheinlich erstmal abbrechen. Mir die Hände waschen. Was essen. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal für Fond. Also, man riecht ganz lecker den Marshmallow Fluff. Und noch irgendeine Unternote, aber Granatapfel... Rieche ich nicht. Es hat was Kuchiges. Also, ich finde, es ist ein sehr leckerer, kuchiger, vanilliger Marshmallow Geruch. Aber ich rieche auch hier kein Granatapfel. Also, es soll mir recht sein. Der ist trotzdem lecker, aber Granatapfel rieche ich nicht. Von Duftlovers. Coconut Milk Lavender. Immer eine schöne Duftmischung, muss ich sagen. Ich war auch kurz davor, mir den von Bea zu bestellen. Aber ich hatte so viele Düfte auf der Liste, dass es einfach hin und vorne nicht gereicht hat. Ja. Ein sehr leckerer... Die Kokosnuss ist ein bisschen... Ein bisschen deutlicher als Lavende. Als Lavende. Muss aber nicht sein. Also, ein sehr schöner, weicher, ein bisschen kräuteriger Geruch, der auch in jedem Raum bei uns kann. Oh! Von Goose Creek. Cookie Du... Oder Cookie Da... Da... Cookie... Cookie Du. Und Bites. So lecker. Von Goose Creek. Oh ja, das ist eine... Das ist eine Duftbombe. Erinnert mich sowohl an Cookies, als auch an so Nusseis, so Haselnusseis. Mmh. Yum, yum. Oh, ich brauche unbedingt jetzt was zu essen. Es hört nicht auf. Von Village Candle. Lemon Pistachio. Mit einer wunderbar passenden Farbe dazu. Und es dauert tatsächlich hin, das hätte ich nicht gedacht. Ein sehr sanfter Geruch. Also, sehr sanft, ähm... Was Limettiges. Und sehr sanft, die, ähm... Distanz hier. Ähm... Sehr, sehr spannend. Also, ein Duft, den ich, ähm... Niemals, äh... Wenn ich Düfte erstellen würde, kombiniert hätte. Von Duftlovers. Fresh Meadow. Oder Meadow. Oh, so ein toller Wäscheduft. Und so intensiv. So. Oh, ja. Frische Wäsche. Frisch, frisch gewaschene Wäsche. Yummy. Da könnte ich gleich wieder Wäsche waschen, ey. Ich, ich, ich liebe es ja. Aber ich glaube, Katzen lieben das auch. Von Ice Flower. Blackberry Scone. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal von irgendwem. Oh. Phänomenal. Der riecht phänomenal. Ob das jetzt reine Blackberry ist, oder ob da noch ein bisschen Blueberry mit drin ist. Nur ganz leicht was Kuriges, auch so ein bisschen was Vanillemilchiges, also ein schöner, äh, ein schöner Duft für alle Räume. Von Duftlovers. White Tea Mint. Das ist bestimmt auch ein schöner, ein schöner, frischer Duft. Also die Isabelle, die hat ja, äh, fleißig bestellt und viele Duftrichtungen, wahnsinnig viele Duftrichtungen ausprobiert. Ich, ein bisschen was Minziges rieche ich von dem weißen Tee. Den nehme ich nicht wahr, es ist eher noch eine, eine ganz leichte, ähm, Weichspülernote, denke ich. So, es sind noch, es sind immer noch drei. So, wir hätten hier von Goose Creek, oh, let's stay home. Das klingt ja spannend, er ist schon mal blau. Let's stay home. Es kann natürlich was Simtiges, cozy kitchen. Es ist ein Weichspüler Duft. Ich habe jetzt länger überlegt, ein bisschen ein männlicher, nein, da ist ein Parfüm mit drin, ich habe nicht ganz ehrlich gedacht. Das ist, da ist noch ein bisschen, ein bisschen ein schwereres Parfüm in Kombination mit Weichspüler. Ähm, oh, yummy. Da muss ich mal gucken, ob ich den nicht vielleicht halbiere, weil er mir eventuell in Touch zu heavy ist. Von Goose Creek Balsam 4. Ich glaube, den hatte ich mal als Daylight. Das müsste ein sehr schöner Tannenduft sein. Ein Winterwaldduft. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Und der letzte Duft von Goose Creek Black Cherry. Ich glaube, Black Cherry hatte ich von Goose Creek noch nicht. Wieder eine wunderschöne Wachsfarbe. Oh ja. Ja, erinnert auch sehr an, ähm, an die Hingekände. Also, das ist ein schöner, so ein bisschen männlicher Kirschengeruch ohne Marzipan. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Leute. Das war ein Tauschpaket. Ich habe keine Ahnung, wie ich der Isabel auch nur halbwegs, äh, etwas, ähm, adäquates entgegenschicken kann. Äh, ja, ich, ähm, als ich das gesehen habe, war mir noch nicht bewusst, wie viele Düfte hier drin sind. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie mir hier alles reingepackt hat. Ich bin von den meisten Düften begeistert. Bei einigen noch ein bisschen skeptisch und ich glaube, richtig aussortiert habe ich nur zwei oder so. Auf jeden Fall Woodwig. Ähm, werde ich nicht anzünden und dann muss ich mir das alles nochmal angucken. Äh, ich, äh, schreibe nämlich alle in die Liste, damit ich immer weiß, von wem ich so welchen Duft habe. Und, ähm, ja, ich werde alle nochmal in Ruhe durchgehen und mir dann mal noch ein kleines Häufchen machen, was demnächst auf jeden Fall brennen muss. Und dann werde ich mir auch mal ganz langsam Gedanken über Isabel's Paket machen. Ich freue mich mega, was für viele, 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 viele tolle Düfte hier drin sind. Und, ähm, auch mit diesem leckeren Schätzchen werde ich mich vergnügen. Absolut krass. So als, äh, als, als, ja, als, ja, ein, 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 ein krasses, mega riesiges Duftpaket. Mir fehlen die Worte. Vielen lieben Dank, äh, liebe Isabel. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen warten auf mein Paket. Und, ja, ich freue mich aufs Anzünden. Ich wünsche euch noch eine schöne Duftzeit. Und, ja.